Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zur netten Abendunterhaltung. Habe ich's neue Augen? Also bei mir ist es zumindest Abend. Keine Ahnung, wann ihr YouTube suchtet, aber... Es ist 20.31 Uhr an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Zeit für Lilly. Und mir, es hat jemand, äh... Gott, wenn ich das nicht mal vergessen würde, wer Sachen in die Kommentare schreibt. Aber auf jeden Fall versuchen wir jetzt mal, ähm, Shawnee zu erschießen. Ich weiß, das hört sich jetzt grob an oder sowas, ja, aber ich mein... Shawnee erschießen, also finde ich nur fair. Für was habe ich sonst eine Knarre? Geht das? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Hm, ich will nicht beeindrucken, ich will ihn erschießen. Aber das geht wohl so nicht. Also, äh, Shawnee hat ja so ein Feuerzeug. Also ich schätze, er muss sich irgendwie selber abfackeln oder sowas. Das, äh, habe ich so im Gefühl. Shawnee schien nicht Lilly musste... Okay, Lilly musste einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Müssen wir nicht vielleicht erst diese... Diese Sachen von Edna wegmachen? Wir reden erst nochmal schnell mit Edna. Oder was fehlt noch? Jetzt haben wir... Was haben wir denn? Was ist... Ach, die Knallfrösche sind noch da. Hm. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich Ednas Feuerzeug, oder? Ich, ich denke mal... Oh, Shai ist weg. Oh mein Gott. Hat sich Shai mit diesem Typen getroffen? Oder ist die Glitzerstopp-Auftung? Boah, ich hoffe, der hat nichts Böses vor mit dir oder sowas. Ah, da sind sie ja, die beiden. Sie ist rot, okay. Beide stehen da. Ach, Kapp und Shai. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shai's Haare anfangen auszufallen. Ach ja. Die Liebe. Oh, okay. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwann dieser Gargoyle da runterkommen wird. Und wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist, warum hier in dem Gargoyle so ein Holzding drin ist. Ähm. Ja, was muss ich denn machen? Der Holz klotzt der Luftballon. Kann ich die irgendwie miteinander kombinieren oder sowas? Ich weiß es doch auch nicht. Hm. Schauen wir mal, ob vielleicht der Barbiergit noch ist. Was hängt die da immer noch? Oh, ich will es gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Ja, sie hängt ja immer noch. Oh. Da mit der Party-Torte. Da muss man doch irgendwas machen können. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Ich wette, ich brauche irgendwie das Feuerzeug von Shawnee. Äh. Also muss ich doch irgendwie da was machen. Hm. Ich weiß aber nicht was. Mal schauen. Die können nicht, mit denen kann ich nicht mehr reden. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Da war, glaube ich, nichts mehr drin in der Part von der Truhe. Oder? Nee. Ha. Tja. Oh, kann denn noch was sein? Hier gibt es so viel Zeug noch. Kann ich da irgendwie drauf? Ich soll hier nicht rumballern, oder? Wie war das? So konnte Lilly die Knallfresche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Tja, wieso komme ich denn da jetzt nicht drauf? So schwer kann es doch nicht sein, oder? Ah. Aha. Aha. Ach so. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Ich sollte was hindurchstecken? Ein Schwert? Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lili nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Oh Gott, der ist hier mit dem Seil befestigt. Und das Schwert trifft das Seil und... Naja. Shy kommt bestimmt als Moose auch ganz gut, oder? Badam-Tisch. Aber wie kann ich denn jetzt da dieses Schwert wieder rausholen oder rumschieben? Hm... Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich daran drehen? Kann ich das drehen oder sowas? Wie komme ich denn da hin? Jetzt kann ich... Ich wusste doch, dass wir irgendwie das Schwert hier wieder rausholen können. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lili bei sich. Okay. Also da fehlte nicht viel. Ja, was kann ich denn machen? Mit dem Holzklotz dagegen? Also mit dem Schwert kann ich jetzt hier nichts mehr machen. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle... Aber nicht einmal das trug Lili bei sich. Hm. Sind wir sicher, dass ich das nicht bei mir trug? Na gut, was soll die Rauhfaserleinwand da, oder? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Es fehlte nicht viel, aber... Ich muss nochmal auf die... Ich schieße mal auf die Knallfrösche. Ich weiß nicht, ob das geht. So konnte Lili die Knall... Wieder ein... Hm. Tja, Zigaretten, nein... So konnte Lili die... Wieder ein... Okay, also irgendwie ist jetzt das Schwert da oben drin, und das muss dann wohl das abtrennen. Und dann, äh, ja. Ich geh mal wieder runter. Also da kann ich hoch, und dann kann ich da raus. Da hab ich da das Schwert hingemacht. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ich mir dieses Bild angucken kann, hier. Warte, wo ging's denn da hin? In den Schlafsaal. Da geht's zur Kapelle. Zum Brunnen. Da geht's ins Treppenhorst. Da war dieser Haken. Aber da war doch sonst nichts. Wie kann ich denn jetzt irgendwie Shawnee umbringen, oder so? Aber ich weiß echt grad nicht, was ich machen soll. Hm. Mal schauen. Können wir nochmal mit Edna reden? Vielleicht kriegt's irgendwas. Steckkissen. Und? Hast du schon alle Beweise vernichtet? Nein. Eine Knallfrösche. Eine hervorragende Geschichte. Spar sie dir auf. Solange meine Knallfrösche noch an der Schuluhr hängen, rennt uns die Zeit davon. Du musst irgendwie da rankommen. Selber, äh. Ach, es tut mir leid. Ich bin einfach so nervös. Solange diese Widmung noch im Baum zu lesen ist, wird Dr. Marcel mich sicher finden. Wie bekommen wir die nur je wieder weg? Selbst da du die Termiten vertrieben hast, wird dem Holz schwer beizukommen sein. Ich hatte mal ein Messer aus der Kantine stibitzt. Und selbst das hat nicht mal einen Kratzer im Stamm hinterlassen. Ich frage mich, womit Doris morgens das Pumpernickel schneidet. Sie muss noch über anderes Werkzeug verfügen. Okay. Gut, wir gehen jetzt nochmal wieder raus. Ich glaube, das führt zu nichts. Äh, warum er hier auch immer noch diese Stickkissen ist, weiß ich übrigens auch nicht. Hm. Hm, 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 hm. Tja. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh. 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 Ähm. Ja. Hey. Er ist wohl der Gargoy runtergefallen. Sie hat Jonas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank. Ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Aha. Nein, nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Okay. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh, Mann. Ja, ich... Was ist denn zu tun? Ich war... Der stresst mich so, dieser doofe Erzähler. Äh, Lillys Tagebuch... Äh, Edna's Tagebuch. War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Okay, dann muss ich die Taube wohl erschießen. Anstatt die Taube einzufangen, überlegte sich Lilly, ob sie nicht irgendwas im Inventar hatte, um sie zu verscheuchen. Sie hätte wohl auch auf einer Pauke gespielt, wenn sie eine dabei gehabt hätte. Oh, schade. Ich kann die Taube nicht erschießen. Äh, ja, dann nehmen wir uns das doch einfach. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillis Weg nun in die Höhle des Löwen. Okay. Also, um Shai tut es mir ehrlich gesagt schon ein bisschen leid. Die war irgendwie süß. Und der andere Typ war auch eigentlich ganz nett. Ah. Immer diese vielen Morde. Morde? Ich meine Unfälle. Sagte ich Morde? Nein. So, jetzt wollen wir mal schauen. Zur Rode Oberen komme ich da noch irgendwie hin. Ach, die schreibt mich jetzt wieder an und schickt mich wieder weg. La-di-da. Na endlich. Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen besorgt? Was? Und dann traust du dich immer? Ah, bla, bla. Okay, also jetzt muss ich wirklich erst das Rezept besorgen. Die Taube hängt da irgendwo rum. Also, erst das Rezept für den Hund. Für den Hund. Das ist gar kein Hund. Lumpi. Das ist eine Katze. Wie ist man eine Katze? Lumpi. Wie dumm ist diese verdammte Oberin? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Also. Ich glaube ja, dass wenn ich jetzt rausgehe, da kann ich vielleicht den Shawnee in die Luft jagen. Nicht wahr? Mit, äh, sagte ich Shawnee in die Luft? Engelmann wird echt zu komisch, wenn man dieses Spiel spielt. Ach nein, das ist ja falsch. Hier kann ich ja gar nicht Shawnee in die Luft jagen. Vielleicht mit diesen explosiven Sprengkörpern. Mit diesen asiatischen, äh, tschechischen, mit diesen tschechischen asiatischen, äh, Sprengsätzen aus dem... Ah, hallo, ihr kleinen Spatzen. Na, ihr? Lilly mochte die Spatzen. Ich auch. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, auf sie zu schießen. Nein. Andererseits musste sie Shawnee beeindrucken, um an das Rezept zu gelangen. Na, dann werden wir natürlich die Spatzen abknallen. Ganz klar. Oh, Mann. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ein wenig beeindruckt, ja. Er hat Angst. Äh, das ist auch sehr gut. Ich wollte die Spatzen auch gar nicht töten, aber um den Adler tut es mir jetzt auch leid. Wie es da steht, Adlerleiche. Oh, mein Gott. Shawnee wirkte äußerst nervös. In diesem Zustand wollte Lilly ihn lieber nicht ansprechen. Sie wollte nicht riskieren, dass er ihr an den Zöpfen zog. Andererseits brauchte sie das Rezept. Wie konnte man einen Rabauken wie Shawnee nur beruhigen? Hm, den Rabauken Shawnee beruhigen? Wie wär's mit Knallfröschen? Shawnee schi... Nein. Wir brauchen erstmal, schätze ich mal, hier die Adeleiche. Können wir die sprengen? Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Spielen? Das ist eine verdammte Leiche. So, ähm... Ah, wir können ihm vielleicht Kirschen geben, dem Shawnee. Tollkirschen. Shawnee schien nicht... Er brauchte wohl ein anderes Beruhigungsmittel. Ein anderes Beruhigungsmittel. Also, ah, Zigaretten, natürlich. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Er hat sich alle angeschickt. Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Ja, und gleich kippt er um. Und dann ist er tot. Shawnee hatte eine Zigarette fallen lassen. Scheinbar hatte er den Mund zu voll genommen. Ja, komm, zünde die Dinge an den Zigaretten an. Komm, 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 los, los, los. Shawnee hatte ein... Ach, wieso geht das nicht? Gut, dann nehmen wir halt die Kippe mit. Dann nehmen wir die Kippe mit. Shawnee hat scheinbar... So, jetzt könnten wir doch eigentlich die Dinge anzünden hier. Lilly erinnerte sich noch gut an die Klosterschulordnung. Man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Irgendwie so. Lilly mochte statische Elektrizität. Es erinnerte sie an das Gefühl, das sie hatte, wenn sie an ihre Eltern dachte. Okay. Gut, äh... Achso, wir haben jetzt das Rezept. Shawnee fällt bestimmt gleich tot um, oder? Wir können es nur hoffen. Dieser Idiot. Äh, wir gehen mal zurück. Liegt der da noch tot? Oder raucht er? Ah, na, da ist er ja. Ganz in pink. Der gute Shawnee. Und qualmt immer noch. Ach, das ist aber schön. Dem scheint so richtig gut zu gehen, jetzt dem Shawnee, ne? Ja. So langsam leert sich ja das Kloster, oder? Also kann man wirklich nicht sagen. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre mittlerweile hier. Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Ja, da, Rezept, Essen. Also so langsam wirst du mir lästig. Das kennen wir doch alle. Das kennen wir doch alle. Und solange der... Du hast hier also... Es sei denn... Ja, ich habe das Rezept. Ach. Du hast das Rezept? Aha. Na dann, sag mal her. Hm. 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 Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberen noch lange auf das Futter warten. Ha. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Hm. Hm. Wir kriegen den Ofen mit zum Laufen. Den habe ich doch in die Luft gejagt aus Versehen mit einer Bombe. Nur den Ofen. Sonst niemanden. Hm. Tja, Leute. Freunde der Sonne. Ähm, äh, wir gucken noch mal eben in den Ofen. Vielleicht lässt sich da noch irgendwas anzünden. Weil ich habe ja jetzt eine Zigarette und dann könnten wir doch da irgendwie dann... Oder so. Oder kann ich hier noch mal Wasser reinlaufen lassen oder sowas? Ah, ich weiß doch auch nicht. Hm. 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 Ja, ja, ja. Da haben wir auf jeden Fall die Konservendose. Die nehmen wir mal mit. Da oben ist Strom. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Ah, ja. Taubengeschmack ist natürlich gut. Kann ich hier die Zigarette reinschmeißen? So. So. Der Ofen war schwarz und leer. Die Zigarette allein würde den Ofen wohl nicht wieder zum Laufen bringen. Okay, kann ich da noch irgendwas anderes reinschmeißen? Ah, ah, die Knallfrösche vielleicht. Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Lilly widerstand erneut der Versuchung, ihnen nachzugeben. Oh. Äh, ja. Hm, 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 hm. Wir müssen irgendwie den Ofen da zum Laufen kriegen. Aber das, meine Freunde, machen wir beim nächsten Mal. Und, äh, erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.